Kovac soll Vogt-Fan sein Dieser Transfer wäre eine echte Sensation, die FC Bayern München soll Interesse an Kevin Vogt haben. Neu-Trainer Niko Kovac will den Hoffenheim-Kapitän offenbar nach München lotsen. Schnappen die Bayern Hoffenheim den Kapitän weg? Der deutsche Rekordmeister soll offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Kevin Vogt haben. Das berichtet der Kicker. Neu-Trainer Niko Kovac soll ein Fan des 26-Jährigen sein, weil dieser flexibel in eine 3er- und 4er-Kette einsetzbar sei. Dem Bericht zufolge soll der Transfer auch auf einen möglichen Abgang von Bayerns Abwehrboss Jerome Wartin vorbereiten. Der deutsche Nationalspieler hatte zuletzt öffentlich mit einem Wechsel ins Ausland spekuliert. Laut Bild-Zeitung soll Kovac gegenüber den Bayern-Bossen bereits den Wunsch geäußert haben, Vogt zu verpflichten. Der Innenverteidiger wechselte 2016 von Köln in den Kreichgau und hat bei der TSG noch einen Vertrag bis 2020. Sein Marktwert wird bei Transfermarkt.de aktuell auf 8 Millionen Euro taxiert. Vogts Vertrag soll keine Ausstiegsklausel enthalten und könnte entsprechend teuer werden. Vogt wäre nach Sandro Wagner, Niklas Süle und Sebastian Rudi bereits der 4. 1899-Profi, der seit Sommer 2017 von Hoffenheim nach München wechselt. Zudem kehrt Sergi Gnabry nach seinem einjährigen Leihgeschäft zu den Bayern zurück. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht unter allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Wir wollen alle Debatten auf t-online.de schnell und sorgfältig moderieren, und können deswegen aus der Vielzahl unserer Artikel nur einzelne Themen für Leserdebatten gezielt auswählen. Dabei ist uns wichtig, dass sich das Thema für eine konstruktive Debatte eignet und es keine thematischen Doppelungen in den Diskussionen gibt. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Wir freuen uns auf angeregte und kontroverse Diskussionen. Eine Liste der aktuellen Leserdebatten finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Und Sie schauen, bis zum sint鬼 Gnabry nach currently in der Zwischenzeitsseite.